And now they're fighting for their lives on a mission, fraud with dread. And if they proceed but don't succeed, well... Ein wunderschönen Donnerstag. Wir spielen heute das erste Mal Cuphead. Und ich hab keine Ahnung von diesem Spiel. Okay, wir haben schon wieder so viel Text, ne? Boah, ich hab echt keine Ahnung. Wie süß ist denn dieses Tutorial? Ja, B? Ich versteh's nicht. Press, jump, ball, airbone. Ah. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das sieht ja easy aus. Okay, ich kann auf die schießen. Oh Gott. Alter, wie schnell ist das denn alles? Das ist ja Mario Kart auf Drogen. Das ist Mario Kart auf fucking LSD. Das ist ja fucking Mario. Das ist ja halt nicht Mario Kart. Das ist Super Mario auf fucking LSD. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. 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 Mein Gott. Nein. Mein Gott. Okay. Okay, ich hab das voll im Griff. Einfach alles, alles wegschießen, was es gibt. Ach komm. Einfach alles wegschießen. Ich kann halt auch einfach nicht. Ach komm. Ich darf ja nichts berühren. Okay. Nochmal. Ach komm. Warte, das war immer noch hier. Die eine Runde war so gut. Und jetzt bin ich so... Oh Gott. Das ist eine richtige Scheiße. Als ob Leute an sowas Spaß haben. Ich kann das nicht. Egal. Lieber drauf achten, dass wir das Level schaffen. Ich bin nicht triggert, ich bin nicht triggert, ich bin nicht triggert, ich bin nicht triggert. Aha. Now go. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Au, ich hab's nicht gesehen. Das ist halt im Endeffekt schon wieder vorbei. Ich darf mich kein einziges Mal mehr treffen lassen. Das ist einfach fucking Super Mario auf LSD. Es kann nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So. Das haben wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, kein fliegendes fucking brennendes Ei. Bitte nicht. Kein brennendes Ei. So, jetzt kommt wieder der Wespen-Dude. Oh, den kann man auch kaputt machen. Ich komm halt trotzdem nicht an den hoch. Oh Gott. Nein. Ah, nein, 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 nein. Ach komm, nein. Ich kann ja direkt wieder neu starten. Das ist ne Scheiße. Ja, komm, schlag mich. So, nochmal. Wir haben das. Okay, noch einen Sonnenblumenmann. Sonnenblumenmann weg. Hilfs weg. Das ist weg. Okay. Oh Gott, nein. Das war ja ein Instant. Okay. Nur nicht stressen. Oh Gott. Nur nicht stressen lassen. Du hast alles im Griff. Ich weiß ja dieses Drecksgame. Diese Drecksblumen. Diese Drecks fucking Blumen. Und dieser Dreckswald. Und diese Dreckswiese. Und diese Dreckspilze. Und diese Drecksrosa Bonbons. Und ich hasse es, dass das alles so gute Musik ist und so gute Laune machen soll. Ich bin so, ich habe so viel Hass in mir. Ich habe nur noch ein Leben. Oh Gott. Das war so knapp. Das war viel zu knapp. Nein. 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 Das war nicht. Das hat nicht getroffen. Okay. Uns geht es gut. Uns geht es gut. Nein. Nicht schon wieder der Kackpilz. Dieser Kackpilz, Mann. Wirklich. Dieser Kackpilz. Ich muss das jetzt schaffen. Einfach alles töten. Einfach alles töten. Ach, komm. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Nein, 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 was ist das? Was ist das? Was war das? Ich bin so weit gekommen, ich kann nicht. Wir haben alles im Griff. Okay. Das ist wieder dieses komische, brennende Osterei. Oh Gott. Oh Gott. Ach komm. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss die ja eigentlich gar nicht alle töten. Ich muss einfach nur schneller durch sein als die. Au. Ich bin mir noch nicht sicher, ob schneller durch sein als die so funktioniert. Das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Sorgen bereitet. Oh Gott. Okay. Okay, das treibt mich in den Wahnsinn. So, nochmal. Letzter Versuch. Aber wirklich. Das ist einfach so unsatisfying. Ich habe schon wieder so viele Leben verloren. Eigentlich muss ich halt direkt wieder neu starten, weil ich halt keine Chance habe, dass ich hier, ja, perfekt. Ganz viel Ruhe. Stress dich nicht, Pia. Einfach nicht stressen. Das Spiel will dir nur gute Laune machen. Lass dich gar nicht verunsichern von der Scheiße. Lass dich gar nicht verunsichern von der Scheiße. Alles ist gut. Wir haben es voll im Griff. Ach du Scheiße. Lass dich gar nicht verunsichern von der Scheiße. B minus. B minus. Das ist B minus. Du bist B minus. Du bist B minus.